Mensch, guck mal, was ich gefunden habe. Wir haben noch Rosen übrig von Huijijimu oder Milai oder keine Ahnung, wie die in der Branche so heißen. Da ja unsere Vasen jetzt weniger werden, warum auch immer. Scheinbar gibt es hier noch Leute, die andere Leute foltern wollen. Ich habe es Petra gezeigt gerade. Sie sagt, das ist ja grottenhässlich. Das stimmt. Das ist auch wirklich hässlich, das Ding. Ich finde es nicht gut. Und vor allen Dingen, weil jetzt hier auch diese Farbunterschiede sind. Ich weiß nicht, kann man das jetzt sehen hier? Auch wenn es nicht so viel Spaß gemacht hat, das Ding zu bauen, dabei sein zu dürfen. Und dann kommen wir jetzt mal zum nächsten Opfer. Mein Leben ist zu schön, um Time Waste mit dieser Vase zu verbringen. Deswegen sieht diese Vase so aus bei mir. Haben wir jetzt Rosen, also ebenfalls ein Ding drin. Ist in der Community auch schon ein bisschen mal in den Wettbau und Probe gebaut worden. Wie das dazu gibt es überall. Ja, aber das ist so ein Kandidat. Mal gucken. Davon habe ich noch genug. Ja, aber das ist ganz toll, dass du ganz viele Rosen hast und ganz viele Vasen und sonst was für einen merkwürdigen Quatsch. Aber Marco, gucke mal viel einfacher. Eine Sukkulente. Eine Sukkulente? Hast du ein Blümchen und einen Topf gleich dazu. Die haben wir jetzt neu. Ja. Die haben wir jetzt neu. Soweit ich weiß, sind die von Moju, ne? Ja. Moju, ähm, Gobrik-Steine, also das beste, was man haben kann, sagt man aktuell. Ich habe es ja, da habt ihr gehört, gibt es eine neue Firma. Mal sehen. Ja, und davon haben wir jetzt wie viele verschiedene? Zwölf. Zwölf verschiedene? Ja. Das sind die hier. Zwölf verschiedene Motive haben wir. Kosten alle 5,99. Ja, noch mehr Blumen. Und mit dem Töpfchen kannst du dir auf den Schreibtisch stellen, oder? Na ja, Pflänzchen, Grünzeug, hauptsächlich. Ja. Auf Fensterbrett, überall hin, wo es gerade einstorben soll, sag ich mal. Da wäre das dann super. Ja. Zwölf Stück davon, alle möglichen Farben und Variationen, von kleinen Kakteen über irgendwelche blühenden Pflanzen, haben wir eine Menge dabei. Gute Reise, bis nächstes Mal. Jetzt hat kein Bock mehr. Das ist der nächste Kandidat zum Rumschicken. Wollte ich nur mal Bescheid sagen. Fängst du gerade mit dem Video an? Das hättest du mir vielleicht sagen müssen. Ich war gerade völlig irritiert und habe dich faszinierend beobachtet. Habe ich gerade einen wunderbaren Start hingelegt und Jasmin hat es gerade verkackt. Nee, kannst du ja nur wegschneiden, die Frage. Gar kein Problem, Marco, alle chick. Ja. 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 Ja.